Wo geht's? Das ist ein Comic. Was bist du da? Willkommen zum St. Patrick's Day. Oh, guck mal, das ist ein Regenbogen. Ist ja geil. Und am Ende des Regenbogens? Alle, geh jetzt zum Ende des Regenbogens. Da steht ein Goldtopf. Lass mich durch. Wo ist er? Da hinten? Klar kommt da hin. Jeder kommt da hin. Ja. Hier riech ich gar nicht hin. Ja gut. Hier gibt's ja nicht Bier ohne Ende. Geil. So. Der Koch, den hast du doch schon, oder? Oh ja. Gut, ich hab gerade jetzt ganz du. Achso. Warte mal, ich muss doch schnell meinen Befehl abgeben. Oh, hab ich gar nicht. Ich hab ja keine Befehle mehr. Okay. Dann, äh, warte mal auf die Kapp. Fünf Kisten. Machen wir jetzt mal die Karte hier. Duplikat. Oh, ein Duplikat. Ja. Ja. Ebel. Oh. Alter, nicht ein Duplikat dabei. Zwiegler-Motten? Nichts. Bin ja erschüttert. Hey. Ich habe doch ein Duplikat. Der Waffengriff. Pistolengriff. Der größte Schwachsinn, den ich überhaupt hätte machen können. Ja. So, gucken wir mal die... Ah ja. Zwei Duplikate. Ui. Neuer Helm. Was ist das denn? Gauntlet. Achso. Wow. Linsenvier Fadenkreuz. Klasse. Jetzt haben sie auch Fadenkreuze schon jetzt drin in den Dingern hier. Können wir den Helm aufsetzen. Der sieht ja ganz lustig aus. Fünf Kisten. Okay. Ja. Ich biege mir die 22.000, die ich habe hier auf. Oder auch, Junge. Andere kommt ja noch was besseres. Mhm. Das war eine Waffenkiste oder sowas. Schätzle Motten, ja. Ja, genau. Dingel, Dingel, Ringel, Ding, Dong. Oh, ich habe einen Umsatz für erstmal, Männer. Alle haben gesagt, dass die STG 44, ich habe das jetzt empfohlen, wir lesen hier, also in dieser Gruppe von Facebook, dass die STG 44 irgendwie untergepatched worden sein soll. Dass sie irgendwie... Der, der vorhin hier spielt, mit der Serum, die war echt geil. Ich finde die auch ziemlich geil. Ich habe mir auch gerade schön gut abgehangen mit dem Ding. Ich wundert mich also. Ah, genau. Oh, gleich die Granate jetzt fressen. Gleich nicht einmal alt, Alter. Oh, die sind wir schon abgehend, oder? Jupp. Ach, da ist die Granate. Wer ist da links und rechts gucken? Na, da ist da nicht die Lehrerin der Vorschule, ey. Okay. Okay, alles klar. Ich habe noch keinen Kill gemacht. Ich bin mal zu Bienen. So, was ist das denn? Na. Was war ne blöde Idee. Komplett in einen... Achso, gut. Ich bin da schon so raus. Das ist auch schwer, Änder. Scheiße, Munition, alle! Was ist denn los mit euch? Nur ordentlich abgeräumt würde ich sagen Da kommt der Weg nach vorne Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? ja das ist wunderschön verdammt wieder ergerlich beim sparten Das macht so ein bisschen Laune irgendwie. Ich stelle aber gut, da gibt es die Hürsen. Gott. Hoi. Wie ist denn die zu mir gekommen? Ist ja wohl ein bisschen verirrt, die Granate gerade. Hinter dir, hinter dir. Hm, war einer von mir. Hat aber auch vorher auf mich geknallt. Dann wird wahrscheinlich der Name nicht an den Zeichworten sein oder sowas. Hopp, da rüber. Spatenfil. Rausage. Lass die Leute durch. Lass die Leute durch. Ja, liegt da drin, genau da, wo ich oben hatte. Ja genau, die hat die Hälfte nicht gekriegt. Ja, komm der jetzt. Oder auch nicht. Was dauert das dann? Ich dachte, das wäre einer, okay. Ach, scheiße. So haben wir einmal weggeknallt und dann... Okay, dann du mal C1. Nee. Nee, du Feinade, der Dipsa wohl. Na, ist doch, Robert. Nicht, weil er dem Jörg geknallt hat. Ja, okay. Ach, Arme, okay. War gerade ein bisschen verwirrt hier. Mit dem Punkt, deine. Mann, ich war da nicht meine Punkte gewesen, um da bei C1 abzuräumen, scheiße. Boah, da hockt er deiner Telefonzelle, ich weiß es ja wohl nicht. Kleiner Lutscher. Kann man hier schon wieder einer von uns sagen, warum ist er die durchlassen? Wer hat da jetzt abgelegt? Brüder. Ja, Mann, Alter, was kämpfst denn du überall rum mit Krieggeladen hast, Alter? Ja, das gibt's doch nicht. Das ist ja nicht der Typ. Unlaublicher Typ. Hm, das ist ja eine Pole. Hm, hm. Damn, Mann. Hier ist es so, Buzhnu, hier ist es so, Buzhnu. So, naja, macht mein Klimaschner rüber da schon. Hm, hm, hm. Na, ich wollte gerade sagen, schön mein B weg, aber es war natürlich klar, dass gleich der Flieger rüberkommt. Flieger. Ah, Alter. Shit. Ja. Offen auf der Straße. Boah, wat, Alter? Ah, scheiße. Ach so, Alter. Buzhnu. Hier wurde er. Ach so, der kriegt's. Ach, der kriegt's. Ach, der kriegt's. Ach, der kriegt's. Ich dachte, ich weiß nicht, weil ich selber. Hm, hm. Was? Ich muss auch holen dich hin. Hä? Der setzt ja. Sag mal. Das heißt, es ist aber Schluss hier. Der Flieger ein bisschen falsch gesetzt. Ah, da sitzt er da oben auf der Kiste drauf. Hm. Es geht wieder. Hier. Oh, der ist im Abgebär. Oh, der ist im Abgebär. Ah, keine Scheiße. Da hinten kommen wir runter. Ah, du Kicker, meine Spartenabschüsse nicht. No, der hat's mir noch weggenommen. Ich schmeiß eine Granate. Ich brauche Feierschutz. Oh. 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 Na, kurz Entdeckung gehen. Hey, ey. Das gibt's doch nicht. Den Rhein-Sparten in den Nacken klopfen. Oh. ich stehe aber auch immer günstig günstig für jeden einfach nicht ziehen wollen wir nur abdrücken zehn stück bräuch noch waffen stufe 4 im sparten habe ich glaube du arsch ich bin von mir beknallt mann hatte man hat die klar bei dir oder was das ist wie irgendwelche porno rösenbilder hier Alter, da war bloß den Tod, das ist ja abnervend ey, was lass dir noch mal durch komm, komm du Arsch ey, den abgeknallt das gibt es doch nicht so, weißt du, was ist aber jetzt haben wir schon mal abgeschlossen sich geht es auch schon mal die sauer dreht er sie einfach um und trotzdem weg das ist schöner als ich er hat er für ein kunststück ach komm einer wie man geilste kicken ganz vorne sind und wie immer dort das gibt es auch nicht das war schade es hat ein bisschen abgeräumt der klinik und bursche aber wie vielzeit gemacht 14 zu 25 alter mann nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht recht schnell reagiert mit seiner mg muss ich sagen naja dann wenigstens dritten gemacht immerhin ja Bis zum nächsten Mal.